guten morgen wettkampftag die aufregung steigt das heißt die aktivierung geht hoch wenn ihr euch runter holen wollt geht an orten die euch runter holen können die finden wir natürlich hier in norwegen eher als man die in einer stadt findet man stadtmarathon stattfindet aber das sind orte da kann man sich einfach ein gutes gefühl holen kraft tanken bevor es losgeht